hier rosenhagen ganz besondere lage autobahn heisenbahn bundesstraße ja das war rosenhagen und was liegt hier noch baumaterial wenn ihr mal was braucht alles da großen hagen gibt es hier noch mehr hier gibt es noch was ja hier gibt es noch was großen hagen heißt es hier krasse krasse die sonne von vorne, guck mal links die autobahn dann schauen wir uns gleich noch mal das unterwerk da an, was sie da bauen die aufbereitung der betonstücke da ist das aufbereitungsanlage für die autobahn die herstellung einer neuen betondecke wahrscheinlich die die ganzen bauarbeiter die hier zu tun haben die kommen alle von weit her Seegeberg oder so jetzt kann man das sehen hier wird gearbeitet mach weiter so und tschüss aus Rothen Hagen aus Rothen Hagen